Fly, you fools! Flieht, ihr Nachen! Hahaha! Fress das! Oh, ich muss rein. Oh, jetzt sind sie außer Reichweite so langsam. Warte, es ist oben in der Turm werden. Warte! Wir brauchen ein bisschen Hilfe. Drei Grüne. Weiß nicht. Das machen wir nicht. Das ist mir egal. Oh, oh, ich werd meinen Schwarz haben. Nee, wir haben Wichtigeres zu tun. Wie geht das? Ist das der richtige Kombi? Gibt es? Hab ich nicht. War auch keine Idee. Okay. Das ist geil. Ich trink hab jetzt nur, wenn wir verweht. Das ist ja volle Geile. Warte, hab ich runtergekickt. Nein, ja. Nein, ich hab nicht runtergekickt. Ich hab nur gedauert. Warst du sagen, ob du viel Getränk hättest? Was mach ich hier? Oh mein Gott. Nein, spring! Erta, eigentlich müsst ihr, wenn das der richtige Kombi wäre, müsst ihr ja richtig harte Ansagen machen momentan. Ja, das ist ein bisschen falsch. Ja. Schade eigentlich. Hier geht nämlich die Action richtig hart. Ausgesnoot, ja. Wenn man drei Stück von denen tritt und aufeinander stapeln, kann man eine Weihnachtsbinder. Dann müssen wir den Schleimann gebastelt. Ja. Du kannst die Leichen leider nicht durch die Gegend schlagen. Zack. Jetzt ist er gebesselt und stirbt. Zack. Mal war es das mit dir. Ciao. Oh boy. Das werden nicht weniger. Irgendwie. Weihnachtsbinder. Das wird Spaß gemacht. Das Lagerverzieher war der letzte Spieler. Ja. Cut, man, bro. Oh, Faschist. Ich hab dich inbiss gemacht. Oh. Hat irgendwie nicht lang gehalten. Guck mal, hier ist der eklige Mesmer. Ja. Ja. Ich werde es mit den Downing haben. Sehr schön. Möchte da rauf? Ah, der ist direkt weg, ey. Oh. Ah. Mann, du schippst grad weg. Wir hätten diesen Downing lassen rumblinken können. Da kommt der eklige Mist, ne? Ah, es ist... Boah, es kommt der Gards da. Ne, fag die Gards. Pass mal auf. Ja, das ist gefährlich hier. Wir werden übel zurückgepusht. Ah, jetzt könnten wir... Ja, komm ich so auf der Hose. Achso, ja dann. Sollten wir hier weg. Ja, komm. Kämpfen ist zurückweichen. Auf deutsch Backpaddeln. Ja, das ist in der Fall, wir stehen. Okay, das ist egal. Wir haben jetzt schon mal drei Leute am Turm. Ich hab nicht gehört, dass es geklärt ist. Wie schaut's oben aus? Okay. Ich hab mir gestern den WVW richtigen Spaß gegönnt. Da ran so ne Klippe zwischen mir und dem Gegner zerf. Und ich hab nen Cutters gewollt, um einen Turm zu schießen. Und ich hab mich dahinter hingeknettet und hab die Leute immer runtergezogen. Und er zaubert. Nice. Ja, aber hier ist kein Cutter oder sowas mehr. Ja, aber es ist nicht machbar Ostern und er ist weg. Ähm. Ja gut, das ist aber... Ja, das hier ist ne gildende Gruppe, ne? Das ging jetzt eigentlich um den Westen. Ah, okay. Ja, dann lass mal den... Anderen... Jetzt haben wir bleiben einfach. Ja, lass mal den anderen Channel... Äh... Grenzland. Anderes Grenzland am ehesten, oder? Ich muss mal grad... was gucken. Joa, hat man das repariert. Sehr gut. Wie, jetzt kann man tappen. Pff. Man kann, man muss aber nicht, oder wie war das? Ähm. Ne, ich meinst, die muss man tappen jetzt. Die muss man tappen. Ach, Elona tappt nicht. Haha. So. Ich tippe mal auf Homeless. Tappen. 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 Tappen machen. Ich muss mal gucken. Die Tryhards. Die Tryhards. Ich geh pennen, ich bleib am Studium. Gute Nacht. Ja. Ist es Homeless? Das gucke ich woanders. Äh, warte. Ich guck... Bis late. Die Situation, die da mit Verbreitung durch... Das wollte ich grad sagen. Also hier ist... Morse. Und im Channel ist... So schlimm ist es doch gar nicht. Morse, also Homeless. Ne, ne? Oh, what? Ah, ist es wirklich... Okay. Motivation. Never forget. Könnte man nichts haben. Ach ja. Wunderschön. Was denn jetzt da mit euch sagen? Braucht ihr mehr Spiel? Komm ich nicht. Ich geh mal ein extra schönes Blutfeld, ja? Nur für dich. Komm. Jetzt wollt er wieder nicht, ja? Irgendwann das Gleiche. Wo willst du denn jetzt hin? Ich mach jetzt erstmal die Blutgear. Irgendwie schaut das scheiße aus, so. Homes ohne Blutgear. Oh, wir brauchen Blutgear. Machen wir die kleinen Sachen, so. Ja. Also was wir schaffen, ja? Ja. So Sachen wie wir denken. Verteilt euch mal den Speckenturen. Man muss ja nicht immer voll übernehmen, oder? Nö, man kann ja auch ganze Motivationsdinge tun, wenn die schon sinken. Komm, du wirst was gefragt, Morse. Scheiße. Morse, Hügel. Das hat keiner gesehen. Ja, dann. Zwei Minuten. Aufgenommen. Ja. Da mach ich nicht nein, ne? Guck mal, ich hab das hier extra schon für dich getippt. Ich auch. Was ist tippen? Ja, das wissen wir nicht. Jetzt ist mal alles klar. Du bist ja ne kleine Hüpfratte, deswegen magst du das Rattengift nicht. Hallo? Ja, eine Maus. Das ist ja ne kleine Ratte. Das hat eine bestimmte Logik. Wo ist denn? Wo ist das dran? Hahaha. Ihr seid ja so böse. Eigentlich nicht. Ich finde schon. Eigentlich nur konsequent. Oh, was ist denn da unten? Bucht Ink, Mauer, Süden, Grün. Also war es das mit Hügel? So. Würde ich jetzt auch... Wo ist der Reunige, Reunige? Und Maus. Also ich mein, unten die Bälle, die machen mir schon ein bisschen Angst, ne? Hm? Sind die bei dir? Ja, wir sind halt vorteil. Kann man so sagen. Und die auch geil. Also dieser Rote ist schon... Ich nehm das. Roten hol ich mir noch. Hahaha, wie geil! Blau! Boah, er hat jetzt viel Geld? Ja. Essentials. Wir gehen in Richtung Bucht. Mhm. Ist important. Der Sound von Sushika. Wie ein Erdbeben. Mhm. Wie ist denn eigentlich unsere ganzen Leute hin, hier? Ja. Richtung Buchtatzkasten. Jetzt bin ich Richtung Bucht. Nein, nein, nein. Das mein ich nicht. Ich wurde grad abgefarmt. Ich mag die verschiedenen Dialekte im TS. Weil ich nicht sticky war. Ah, scheiße. Richtig eigentlich schon im richtigen Channel? Ja, ja. Bin ich bestimmt auch gleich tot. Rätts im Ilona TS. Also ich bin da richtig okay. Ja. Ich mach keinen damage. Ja, ich brauche ja. Ey, dieses Winterzeug ist das billigste Karma Verstärkungszeug, gell? War ja was mit dem Flugverbot, ne? Ja, das kann gut sein. Habe ich erzählt. Größte? Was ist das Pfefferminzöl? Das kostet ne paar Kupfer. Gibt 10% Karma Bonus. Auf... Also das ist der Schlüssel. Und das Essen ist halt dieses... Minzbeer, Erdbeereis, ähm, Kack oder so. Okay, ich benutze immer das Ausweich-Essen nur noch. War das geiler. War das geiler. Gibt's geiler. Ähm... Katas? Du bist am schlafen, pö. Äh, Katas hab ich gesagt. Äh, gehört. Yeah! Oh, der für schlafen wir am Palast von Big Inc. Der für schlafen wir am Palast von Big Inc. Der für schlafen wir am Palast von Big Inc. Wie rot's auch gleich, ja. Hammer sie mit dem Mikropole sauer. Wie viele Leute, die dafür getötet haben müssen. Ich nehm das nicht. Ich finde, aber Big Inc. ist ja auch mal wieder so ein relatives... Ja, aber wenn TA schreibt Big, dann glaube ich, dass es Big ist. Ja, der war echt Big. Ich kann mal überfahren. Gleich enden wir doch wieder am Palast. Ja, also, weil für manche Leute sind auch fünf Leute. Wir sind zu elf. Okay, elf Leute und die haben Unterzahl, okay. Können wir rüber gehen? Äh, machen wir. Ach so. Haben wir aber auch hier noch die Verpflichtung? Ja, noch einer. Äh, Mann, boah, ich bin Schnee nicht da. War jetzt wieder böse? Der ist Lieder geworden. Und der ist weg. Der reporten so, ne? In die Wüste. In die Wüste. Was war das? Meine Ohren. Wer war das? Sorry für mein... Beep, 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 beep. Mein Dumpf. Ich brauche, ja. Dumpf. Ja, wir reporten einfach mal auf die Wüstenkarte. Ich glaube, das... Wollen wir uns nicht, äh, anrecheln lassen. Jetzt wird er nicht gesprungen. Ja, Maas. Es macht keinen Unterschied, ob du es jetzt fallen lässt oder nachher. Weil du bist nachher eh schuld. Ach so, mein... Ja, Maas. Das stimmt. Aber ich nehme euch einfach als ein Sim Schaft. Kennt ihr das? Das ist auch nicht schlecht. So, nach dem Motto mit... Laufen, mit Gefangen, ne? Ja, so oder so. Ach, wir lieben einfach kurz ein Fortfeld und stehst alleine da. Das ist deine Schuld. Also... Ganz easy. Also den roten finde ich ja... Zum Glück, morgen der letzte Tag, dann drei Woche frei. Also nur drei Wochen von dir freut mich sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, das wissen wir ja schon, wer unsere Nachtschicht hier macht in den nächsten drei Wochen. He. Nein. Doch. Nein. Ich finde das, äh... Ich habe das Drachenbanner richtig lieb gewonnen. Oh boy. Geht's hier los? Geht's hier los? Geht's hier los? Nee, ich weiß es aber... Nee, das kommt jetzt nicht. Ja, ja. Da wird viel zurück getratzt, ne? Wie schaut's innen aus? Sind die Männer innen noch heim? Oh, nice. Oh, der mess mal. Das ist ja auch in der dunklen Treppenstelle. Au, 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 au. Ich habe mich angeschossen, die Schweine. Zweimal. Ich glaube ein Deadeye wollte mich. Ja, ich bin markiert. Nicht cool. Nicht cool. Das ist gefährlich. Oh boy. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Hier bei mir. An der Lampe. Aber schöne Aktion. Prinzipiell. Gute Idee. Und auf geht's. Reingeported. Direkt hier mal Schaden. Direkt Schaden raus. Direkt Schaden raus. Direkt Stabi nochmal ziehen. Ja, schöne Bubble. Full DPS. Jetzt hier mal ausrasten. Oh, yes. 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 Ich zieh mich noch ein Stück zurück. Sehr verrückt hier. Halten. Wasser umsetzen. Lines nach unten. Lines nach unten. Halten. Halten. Und Pressure. Wir drücken an. 3, 2, 1. Dodge Offensiv. Rechtshunderspringen. Bestes Target dafür. Oh. Hat irgendwie geklappt. Was? Ja, ich wurde natürlich brutal weggespiked. Ich arme Sau. Schlieri, aber. Euro Parliament. Immer wenn ich eine Banner habe, ne? Ich würde einfach mal zu essen. Ich würde einfach nicht, da wie irgendwo mal ist. Ich habe stalleschön normal. Ich kann einen bisschen héster mache. Es passt aber auch nicht richtig. So, nochmal über die Treppe. Dann mal wieder hoch auf die Treppe, dann weiter hoch, drauf offen eben aufwandeln. Wird halt einfach weggleiten können, dç. Aber der Sprung funktioniert gar nicht. Weißt du. Ich h kolle, ich hab' richtige Lecks. Das ist irgendwie blöd, ne? Internets, letzter Zeit. Es ist bei mir nicht köpftes Interest. Ja doch, aber... Ich hab ja Spätschicht. Der PC? Ich glaub ich hab nur Chrome-Office. Ey, diese Tag-Fights ist echt zu viel. Nächste Woche. Ja. Ja, dann kannst du auch Nachtschicht machen. Du machst eine Nachtschicht, das erfreut uns alle sehr. Ne, das funktioniert nicht, das haben wir heute Nacht schon festgestellt. Wieso? Das funktioniert nicht mit dir. Hast du mittlerweile eine Lampe oder nicht? Nein, ich hab keine... Oh, versperrt! Das war ja nicht schlimm. Was? Nee, das wollen wir gar nicht. Das hat mich versperrt irgendwie dagegen. Nein, das wollen wir nicht. Obwohl ich versperrt war. Bei dem sein sicherer Tod gewesen. Das war die Hand Gottes. Echt so. Ja, gut, dann musst du nicht kranken. Ähm, ich glaub mal krankst du. Weiß zwar nicht wohin, aber... Irgendwo hinten, wo wir nicht sind. Du hast die Möglichkeit ja oder ja danke zu sagen. Aber du weißt ja, Hansen ist jetzt mittlerweile auch ein Grundgesetz verankert. Ich weiß nicht, was haben wir denn, Millersund oder so. Wenn wir davon da komm ich zu, kann ich da mir ein Stück geben? Wieso kann man denn da nicht bleiben? Das war ja wieder voll der Fail. Ja. Du hast einfach dem Rest den lohnert. Ganz auf Kodash. Ich hab auch Fail. Mhm. Ich glaub die sind voll. Was? Ich weiß gar nicht, aber ich achte da nicht so drauf. Ich hab nicht auf Kodash, soweit kommst du. Mach mal erstmal das Ding hier. Ne, Kodash, ne? Das kommt gar nicht in die Tüte. Ich guck mal auf die. Warum geh die alle auf Kodash? Weil die jetzt gerade am Gewinnen sind oder so. Ziemlich langer. So, das sind... Wir sind nicht alle wie Bayern-Fans, weißt du? Ich geh doch eher zu denen, die verlieren, weil da haben wir Spaß. Der Underdog. Oder? Ja, der Underdog. Oh, was ist denn los? Jeder liebt den Underdog. Ich war... Mhm. Tut mir leid, ich verirr mich nur. Ich wollte die Suppelei-Lieferung ziehen, aber die war schon. Nur weil du keine dicke Katze hast. Ja, ich sag's dir. So ist das. Voll die Diskriminierung von Adet. Ja. Das ist wahr. Ich finde, der liegt noch tot hier. Nicht hier. Wer liegt, der dieses Spiel spielt. Hier das, ne? Hier die Katze. Ja, das könnt ihr aber fixen. Die fordert Leben. So. Und nun? Regelmäßig. Ich kann mal vorbei. Hallo. Es sind Schlachtkreuze. Wir gehen Richtung Party. Party. Wir gehen Richtung Party. Mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Ich mach heute Party. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Ich mach heute Party. Nee, warte mal. Geht's eigentlich noch? Die Lampe hat ausgemacht. Ich weiß gar nicht, ob es weiter geht. Nee, nee. Das war ein falscher Film. Du bist ein Springer. Oh, warte. Ich bin Springer. Kamen die hierher? Die Schlachtkreuzer. Der aufgepumpte mit Menschenfreundschaften. Das ist ja prinzipiell einer der schlechtesten Fight-Pätze für uns. Ja. 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 Ja, sie kommen, sie kommen. Nee, echt? Komm. Hase. Der eine der hatte hier ne ziemlich passable Idee, aber der hat überlebt. Hey. Wir kriegen das hier zwar an. Wir machen einfach Todesnova rein und springen runter. So. Ob das mit Neko geht? Also ich mach jetzt so noch aus. Ich wollte dich eigentlich nur vorwarnen. Sehr witzig. Ja, ist okay. Ich geb's nur Bescheid. Tschaui. Ja. Ja. Aber du gehst... Es wär echt witzig, wenn das gehen würde. Mhm. Also so konstant... Aber so fünf zu ist seit Bambas wieder herunter. Ich bin mal ernst. Fick. Ja. Wär so geil. Ja, also... Ja, aber warum verhalten die hier? Das ist der dümmste Platz, ne? Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ich hab's ja der dümmste Platz. Ja, ja. Ist hier ja auch. Also die Ringler, die werden wohl freiwillig hier. Die Frau. Sagt meine Frau. Das ist schon gut. Die Frau hat entschieden. Ja, jetzt dauert's einen Moment, bis wir wieder reden können. Guten Abend. Morgen. Ne, hat's ja gesagt was gelöst. Auf der Wüstenkarte noch. Aber das werden wir nicht alle hinkriegen. Dafür sind wir zu wenig. Äh, haben wir zu wenig Platz? Äh, ich glaub hier kommt man gar nicht lebend runter. Äh, ich glaub hier kommt man gar nicht lebend runter. Ich weiß gar nicht, warum ich da raus brauche. Oh boy, was hab ich mir eingepackt? Könnten wir, äh, sechsmal... Ah, ich bin gar kein Elend. Ahhhh! Haha, überlegen? Ja. 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 Wie gesagt, zweimal dazugekommen. Soll ich runterkommen? Äh, wenn du es schaffst? Ja. Dann sei dahin nicht. Hallo, was erwartest du? Ich bin ein Ingenieur, ja? Geh, ich mein, jetzt ist ein Papper, ne? Ja, das ist ne Plan. Wart nicht so viel. Das müssen wir eigentlich mal wieder wegmachen. Ja, gar nicht. Du bist ja der Blauer. Siehst du überhaupt... Oh. Ja, ich bin blau. Was, gar kein Schaden? Wieso, gibt's hier noch ne andere Schaden? Gar kein Schaden. Mhm. Krass. Aber... Krass. Das ist unerwartet. Ja, ihr müsst freies beitreten, ladet euch bitte selber ein. Ähm... Ich warte einfach so lange hier am Heldenbanner. Ähm... Ich will nicht überschlafen. Ja, genau. Wuchtat wieder Ink, gell? Ja, echt. Elo hat einfach kein Gedächtnis, hat sich alles schon wieder... weg... Moas! Ja? Hör zu! Wuchtat Ink lockt Teamchat. Wuchtat Ink! Ja, Teamchat. Ja, das... Verpacken? Oh boy, ja. Festus ist geblockt. Weiß ich irgendwas. Mephisto. Mephisto ist geblockt, scheiße man. Ich bin schon groß und 23, komm doch, und spielen mit mir. Ich lade dich ein, ich bin... Äh... Doch, das klingt schneller! Fastet. 25 plus, das klingt nach ner... würdigen Anzahl. Sagen wir vielleicht springen? I can outdraw center. Und du meinst, das hilft? Nein, ich mein jetzt zur Böde. Was für ne blöde Antwort. Nein, jetzt hab ich auch... Ah, der Westturm hat auch Ink! Ja, wie uncool. Ein Cutter. Ein ganzes Cutter. Ja, lass die grad ficken und dann... Oder? Sowas von... Irgendwie kriegen wir wenigstens das Cutter weg. Oder... Ah, das sind einfach viele. Von denen, einer nach dem anderen. Ja, uncool. Ich bin schon längst... außerhalb der Reichweite, glaub ich zumindest. Außerdem kriegen die mich. Sehr uncool. Okay, ich gehe mal auf die Homes, gucken, was da los ist. Alles klar. Muss ich wohl kurz zurückholen. Okay. 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 Ich gehe halt, glaub wieder weg. Gut. Echt viele. Und der Wall, die nervt hart. Ja. Ja. Ne, das ist nicht anfangen, da alle eins sind. Muss wieder Scrapper spielen. Ja, ist echt so. Du, 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 lass mich. Oh, Spricht, du Haare, ey. Naja, zwei hatte ich schon mal hier kurz runtergezogen gehabt. Und die kommt man echt schwer ran da, ne? Dann, Karte aufmachen, äh, Homelands, äh, angucken, MF-Port, ich fahre jetzt anlaufen, Richtung Burg. Schausten, lassen, 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 ja. Können wir mal, was wir mit dem so anstellen. Nala, von Freistadt erstmal wetschubsen wäre das... Mal kurz dran. Ja, das stimmt. Also, im Freistadt soll ja eigentlich nicht viel sein, oder? Was ist denn so? Ja, auf dem Secks, Leute. Ähm, Alter, wo geht's? Okay. Ja, und Katar ist, ähm... Ah, erstmal nicht. Ich zieh immer so ein paar ziemlich weit auf den Weg. Äh, nochmal hallo. Freut mich, dass ihr alle mitmacht. Ähm, checkt nochmal barfut, weil ihr das nicht noch drin habt. Und, ja. Das Katar ist unbesetzt. Geht doch mal die Bucht hier, wie gesagt, an und... ...hoffen, dass wir ordentlich breiteln. Ich werd gefokust wie Affe, ja. Keine, keine Ahnung. Da mach ich nix. Wände circa 20. Das werden die... Ach, viel! Weil wir vor allem so sporadisch angerappt haben. Ja, man stirbt doch mal. Nee, das wird im Alvius an der Bucht. Ja, deswegen. Ach so. Ach, da haben wir auch... Nee, da war alles hochgerippt nachher. Doppelwände hatten wir doch nicht, wie er geportet wird. Ah! Das hat ein Random gemacht. Das hab ich gesehen, der ist immer hin und her gelaufen. Nein! Ja. Ja, gut. Wir haben jetzt was. Bestimmt worden. So. Kann dir nun nicht sagen, wie weit er es gerippt hat. Ähm, wir gucken nochmal eben über die Zinne. Was ist da draußen los? Ah ja, ein bisschen grün. So, wir sammeln mal eben... Ich flieg jetzt einfach bis zum Katar. Komm mal mit raus. Zu mir. Komm mal mit zu mir. Oder ich nehm lieber Leute auseinander, so wie den da. Stacken wir ganz kurz. Warten mal eben noch bis auf... ...Aufheiskopf. Oder wo? Ich hab dann wieder... Ernsthaft. Ich hab dann wieder... ...Rissperling. Haben wir so was mit Schleier, der auf Ansage noch was machen kann? Ja? Ja, er ist schon draußen, steht hinter dem. Okay. Ja, wir gehen mal raus. Und ab, 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 prickelsch! Ah, super. Ah, mal rechts mit rausziehen, mal rechts mit rausziehen, auf die rechte Seite durch. Empower in 5, 4, 3, 2, Empower jetzt. Geradezu in Richtung grün, in Richtung grün mit vorne nach GAL. Den hab ich schön gekriegt, oh. Das ist halt gut. Der passt. Na ja. Ja. Hm, geschafft. Oho. Hast du ne Ahnung, wo Moors jetzt schon wieder ist? Hier ist nochmal eben schade. Ich hab irgendwann ne Bucht. Ja. Oh, das sind 3 Kommis. Ne Bucht? Achso, deswegen seh ich da nix. Alles von denen. Alles Beutel für ihn, oder? Wunderschön. Haben was alles hier? Ich glaub die haben da unten direkt. Ja. Ja, 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 ja. So. Hatte das Westlager gedreht, wollte ihm das Wassertor rein und bin da über 5 oder 6 oder 7. Oh, ne 3 Lager. Gut. Mal haben uns was gefunden. So. So. User, change the chain, wo er auch sehr was geht. So. Ja, Wundtour. 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 Das ist aber nicht das, was er... Ja, ich hab nicht... Ja, die fängt auch nicht weh an, ja. Sei das gleiche, ne? Ja, ja. Ja, ja, Mann. Die richtigen Trinkturm. So ganz grob einfach geflogen worden, Alter. Ja, ja. Wie gesagt, hat das Lagergarten gerät, ich wollte ihn nicht so reinziehen und da schatten sie rüberkommen, ne? Sechs Leute von Snow ist, ne? Oh, da kann man reinziehen. Hehehe. 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 Snow haben wir kaputt gemacht. Das ist hart. Was man nicht alles nicht weiß, ne? Die sind gut, die werden nicht raus. Von Hut sind die. Von Hut sind die. Ah, hallo Nero. Hm. Die waren nicht offen, wieso liegt dann hier ein Toter? Ne. Oder haben die zugereibt? Da haben die zugereibt. Ja. Ja, die laufen Richtung Lager gerade. Aber das ist doch... Die halten für noch. Welches Lager meinen die? Wie viele sind das? Das siehst du doch da oben, oder? Fünf, sechs. Ja, ja. Fünf, sechs. Die laufen Richtung MF gerade. Ah. Ah. Nevermind, wir botten trotzdem mal hoch an MF. Oh, das ist nicht cool. Sag uns bitte mal komplett auf. Kommt. Bot. Jetzt... Jetzt sind wir genug Glück, Maus. Pass auf. Jetzt kommt's, he. Für was sind wir jetzt genug? Hm. Ja, überleg doch mal. Was haben wir heute schon zweimal verkackt? Hehehe. Den Hügel? Ja, den Hügel, ja. Also mit eurer Hilfe, ne? Und der Motivation, die jetzt da mit euch anhergeht, kriegen wir das gerettet. Das ist alles kein Problem. Nee. Kann ich jetzt eigentlich einladen? Nein, ich kann immer noch niemanden einladen, ja. Du kannst doch nicht einladen. Nein, weil das nicht geht. Du hast gemerkt, gemerkt. Der Haken ist verbuggt, den muss man immer einmal raus und... Äh, ja, einmal raus und einmal wieder rein. Jetzt kann ich... Sammel alle unterwegs ein. User trying to channel, ja, good evening. Hallo, wo seid ihr? Wir sind noch auf den Homes. Ich weiß gar nicht, haben wir... Nee, haben wir gar nicht. Das passt. Also kannst du eigentlich hier kommen. Hoops. Bist du jetzt schon wieder an der Bucht? So. Bitte ein Spieler, der mir mal, wenn er grad eh nicht Bock hat, hier mitzulaufen, auf der Wüstenkarte sagt, was da am Palasten ist. Nicht, dass wir den dann untermarsch wegbekommen. Ja, guckt gerade. Ja. Hast du gelesen, die bauen am Norden... ... im Norden... ... auf dem Cutter... ... auf dem Hügel Cutter? Ja, das sollen sie machen. Ja, das sollen sie machen. Wie wir das gemacht haben. So. Da ist der Scout. Der Stand läuft vorher schon. Freifallen. Mal nichts beteiligen. Die Wand hat wieder 100, da ist Klammer. Bitte die Kanone rechts über uns mit abräumen. Leute, eine Substance. Hier zu mir kommen, bitte auch. So. Dann das Öl, da können wir nicht durchschlagen. Jetzt mal kurz des Helmeln. Und wir... ... einfach mit Trash als Gate. Wir machen das jetzt einfach zügig. Wir... ... trotzdem Trash. Und... ... alles Zeit. Und... ... Öl. Mein Gott. Das ist gefährlich. Gefährlich. Den Power of Cooldown. Back. Bravo. Cool. Guten Abend. Wir sind auf den Hobs. Hahahaha. Hobs. Voll. Was? Keine Ahnung, ich geh mal gucken. Haben sie doch. Haben sie aus dem Kampf. Hobs. So. Ich brauch noch jemanden, der mir die Kumpen ein bisschen zieht. Das wär super langs. Mach's. Und jemand kann wieder rein. Bis zu. Machen. Ja. Ich geh mal gucken, was auf den E-Levelien da los ist. Ja. Während ich mal aus dem Kampf komme. Ja. Tor geht gleich auf. Wir gehen links rauf. Nicht direkt rechts. Links. 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 Da waren ein paar Grüne. Die haben sich gerade reingezogen. Genau. Das wird ein bisschen mehr noch. Die komplette Mannschaft ist da sozusagen. Da war nicht mehr rein. Da wird es. Ähm. Kommt alle dran. Keiner Slack. Alle kommen. Oh. Verdammt. Das war zu knapp. Wir räumen zuerst die Katernrone oben ab. Die. Rechte. Rechte. Ja. Die Rechte muss weg. Dann. Oh. Der scheint wohl links zu sein an der ewigen Feste. Ja. Also halt ich sie da noch nix. Aber Quentin scheint nix zu sein. Ach Quentin. Da meint die Quentin. Weil die hast gerade im Chat gespielt. Ahoi. Aha. Einmal nach hinten. Ähm. Ja ich auch. Hier war gerade ein Cutter Schuss. Oh. Oh wir räumen. Wir räumen. Was denn? Weißt du wo die stehen? Ja sehr schön. Sehr schön. Ich markiere sie auf der Karte. Da. Oh ja. Das ist ruhig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Cutters? Ne sechs Leute. Oh. Ich dachte schon. Drei Cutters. Komm weg. Komm weg. Komm weg. Komm weg. Und schießen noch ein Tor. Saut evig. Ja, einer doch mit der hinten bitte. Alle mitkommen. Kommt ran. Komm ran. kommt ran. Wenn sie es hier nochmal Wasser für um die Jungs im Meeressigaden sind, einmal durchglasen, hier halten sie kurz. Wir ziehen nochmal hier hinten. Aber wir kommen. Ja, einmal in Richtung auch Vista mit rauf. Und wenn Richtung Vista mitkommt, boah, scheiße, ich bin so fährt, das ist auch ein Spaß beim Ziehen. Vista. Hopp, hopp. Ich merke schon, dass das keine gute Idee ist. Okay, wie ihr da unten steht, wir kommen einfach zum Beispiel. Jetzt einmal in Richtung Brücke mit rüber zu, komm. Wir sind schon alles tot. Alles tot. Ja, ich hätte mir gedacht, das geht vielleicht nicht. Oh, pass auf, der Wäschter ist gefährlich. Alles klar. Komm, Jumping, pass auf. Der andere nicht so. Ja. 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 Ich bin gerade Richtung Langenohr unterwegs. Wo will der hin? Ja. Ja, das wird an Paulus. Ja. 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 das war ganz schön durchgehalten das gibt es auch nicht mehr so oft ja der stadt ist so heute ich bin froh dass es selten gibt ich sehe nichts schnelle füße schnelle füße arme und beine ergeben eine träne scheibe und berühren den boden nur bei wechsel wir gehen mal mit nach vorne ankommen aber mit hier nach vorne schleier vor uns jetzt ziehen hier kommt einmal vor mir schlager noch mal legen okay die höhere hypose mit die hypose ziehen die schutz geht an rechts auf rechts raus einmal rechts aus hier nach hinten auf die kuh was füllen fliegen nächster boi das war viel zu riskant das war unnötig auch wasser liegt überall so viel schaden und jetzt nach vorne anpusten ja oh oh fuck nein oh no no die i must survive einfach feuer rein das ist gerade jemand geärgert mit der tasse gibt kein abhauen oder vielleicht doch abhauen wer weiß naja wahrscheinlich sehr abhauen oh ich heiß freudiger kriege 30 silber pro stück das nur macht was kriegt da was ach da ist ein dieber mein bobo mein bobes und ein leck ach die mutter aller lecks in so nem moment oh fasches geld auf zu maus auf zu maus ich bin raus danke vendit jo danke ist entlaufen servus servus oh das ist schon 100 was das ist schon voll das sind so die wichtigen Sachen was die ist nice ja ne das ist ja nur ein halber so zu sagen können wir eigentlich fallen das hab mein dings auf die stele ich hänge ne hacke ja ärgerlich main is main ich frag mich wie viele leute sowas machen achso es gibt noch ne mauer hier die ist noch nicht voll ich weiß nicht wie erfüllen wir wir erfüllen Wünsche es ist ja weihnachten ah es ist ja weihnachtsschau ja weihnachtsstimmung dann kommt auch noch ne hacke rein sechsmaler weg ohne drachen banner ist das echt nur so ein halber turm aber er möchte das aber bestimmt in einer nacht haben aber natürlich er will sechs in einer nacht ja es ist spät genug dafür und wir können ab ich wollte keine Geld nicht nach also Moss wir wollten uns noch mal über dein Paolo kurz sprechen Zeit für ein bisschen Schloss ja das äh Paolo versuchen warum sollte man ähm gehen da die Ohren auf ich dachte der kommt nur Hentai das ist für Frauen gelten Hentai? ne warum sollte man da echt ich geh mal animes gucken guckst du an Hentai und meinte der so nein das ist doch für Frauen also guckt der kein Hentai also das bedeutet oder doch oh my sweet summer child in der Wüste um Punkt 10 Uhr fangen die mit dem Talk an ne es kommt ganz auf dem Pornotroff an ah ah haben wir da haben wir da TPUM ey weißt du was wenn die hier ins Schloss gehen dann geh ich mir ein Banner schnapulieren in jedem Fall recht napulieren vor allem man kann die nicht mal so anschauen sondern immer bloß 30 Sekunden vielleicht eine Minute einfach mal so schnell durchswitchen und dann muss der nächste her aber ja ich tue für dich oder? apply water to that burn was hab ich nicht verstanden kann sich immer nur so 30 Sekunden Stücke davon angucken ne so viel zu dem gesunden Konsum von der Te Wiki von der Erde wie die Abbeykugel ne spatter Kugel ist erst außen offen oder? naja Jetzt hatte ich gehofft, wir werden mehr, wenn ich anfange, die sechs Geschichten zu erzählen. Du solltest das vielleicht ja im Team-Chat machen, oder? Ich hab keine Macht. Gute Nachtgeschichte mit Moral. Ich fühlst die Wache dahin. Gute Nachtgeschichte mit Moral. Naja, bis jetzt war nichts Interessantes dabei, also noch ist es zum Einsatz. Noch ist alles sehr überschaubar. Oh Mann, ich geh mal hier schon mein Wasser aufsetzen. Vielleicht schob die an, Breaker. Und verbrauchst du Wasser? Nö. Es muss kochen. Hier unten ist was. Wenn der Mann gleich kommt. Freudiger Dieb, schnell die Hände abwachen. Ganz klar. Das sieht ja so aus, als würde das bei dir. Da gibt's noch diese typisch traditionelle Aufteilung. Wir haben alle reden, dass sie nicht mehr aktuell sein sollen. Vielleicht bin ich ja furchteinflößend. Ich dachte, das wär's mittlerweile alles gleichberechtigt. Warte Mann. Ja, nicht. Oh, der hat nen Knaller. Oder? Den Knaller? Fuck. Der hat knallt. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Mit so tiefkühlen... Ach, hier der ist down. Wer hätte das gedacht? Oh boy, ich muss ja weg... Ich darf nicht sterben. Irgendwie... Die sind drin! Da hat ein Mädel wohl so ne Pizza genommen. Und so wie sie war aus dem Karton genommen. Und in den Ofen geschoben. Und hat sich dann gewundert, dass das ganze Plastik ja dann geschmolzen wäre. Also... Ne, ich schlopfe es rein. Ich weiß nicht. Ich muss eigentlich ihm nur mal klar sein, dass wenn sowas erwärmt wird, dass das dann schwinzt. Aber... Ach Gott, schön ey. Kommt direkt an, denn... Ich krieg was hin. Ist sogar keine Hilfe. Ganz alleine. Ist ja sehr schön. So, einmal in die Show gucken, wo wir gerade hergekommen sind. Da ist ein bisschen was Rotes. Jetzt viel langsam... Falk ab, bevor ich hier nicht bin. Oh, da kommt was. Oh, kein Wunder. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Rote Kreise. Böse Kreise. Nee, Mann. Aber kommt gegen die? Halten, 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 halten. Trains. Trains. Im Gegenteil. 3, 2, 1. Offensiv. Glaubst du, ich hätte noch ne Ahnung, was hier abgeht? Ja, keine Ahnung. Ah, raus, 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 raus. Wasser liegt. Jetzt. Ich hab auch gerade irgendwie links. Ah, ich hab's so weg. Stopp, 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 stopp. Nehmt sich auseinander und nochmal backdodge. 3, 2, 1. Raus aus der choke, raus aus der choke. An der linken Seite stacken und nochmal amp-power ziehen und in die choke nochmal rein spiken. Stabby Schutz, nochmal, Stabby Schutz, nochmal. Stabby Schutz, nochmal. Stabby Schutz, nochmal. Oh, boi. Oh, boi. Ah. Ah. Wenn du gesehen hättest, was ich da gerade gemacht hab. Das, äh, witzig. Oh, ja. Stimmt. Oh, ich sterbe hier. Ah. Ah, darum ging's hier nicht so cool. Ah. Ah. Da hab ich die ganze Zeit wie ich so lange überlebt hab. Das frage ich mich auch jetzt noch. Oh, ja. Oh, ja. Guck mal. Das war interessant. Bei dir oder bei mir? Bei mir. Ich weiß nicht, was bei dir abging. Ich war, ich war richtig laut, als die reingedrückt waren. Da bin ich so in einen anderen Seitengang gegangen. Da kamen da auch irgendwie fünf rein. Da bin ich nochmal durch die Mitte komplett durchgelaufen. Komm jetzt. Ich bin in einen anderen Seitengang dran, da war da nur einer. Wir werden nicht zu beuteln. Wir ziehen raus in Richtung... Wir werden nicht zu beuteln. Machen die Karte auf und springen auf die Haus. Gleis, 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 Gleis. Ja. Gleis, 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 Gleis! Gleis, 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 Gleis. Regent Gleis, 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 Gleis! Was mit deinem Dragonbo? Auf die Holmes, ha? Schade, aber war witzig. Hat sich gelohnt. Für mich nicht. Ohhoho, die wollen... Ich hab' nun weglaufen. Ich hab' keinen Warfunk mehr drin gehabt, bitte checkt auch noch mal, ob wir noch Warfunk haben. Na fuck, ich muss eigentlich ins Bett. Nein, musst du nicht. Doch, diesmal echt. Nein! Wo bist du, Trisha? Heyo! Hi, grüß dich. Ich bin grad auf die Worms gesprungen. Ein Spieler, der mir... Das war deine Ehre. ...sipplich haben wir...